Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin fällt, aber doch nicht so dramatisch, wie es vielleicht augenscheinlich so scheint momentan. Wir müssen auf gewisse Level achten. Außerdem gibt es ein paar Trades, die wir möglicherweise sogar eingehen könnten. Gestern habe ich ja schon ein kleines Update gegeben in der Telegram-Gruppe. Auch diesen Trade werden wir nochmal besprechen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Link wie immer unten in der Videobeschreibung, wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Trades mehr zu verpassen. Können gerne da reinjoinen. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan traden wir bei ungefähr 22.860 US-Dollar. Wir haben ein Lower-Low gebildet. Aber, und jetzt fangen wir gleich schon mal an mit einem großen Aber. Wir haben es auf Schlusskurs nicht unterboten. Man sieht es hier ganz schön. Wir wurden immer mit der 1-Stunden-Candle hier immer schön aufgekauft. Wir hatten zwar diesen Wig drunter, um die Stop-Losses zu killen. Darüber haben wir gesprochen. Und ja, wir haben aber noch kein Lower-Low gesehen. Deswegen ist für mich die Struktur weiterhin noch in Gange. Warum bin ich jetzt noch nicht in den Trade reingegangen? Weil mir die ganze Situation ein bisschen zu, sag ich mal, undurchlässig ist. Wir haben zwar Abverkaufsvolumen bekommen, welches aber jetzt nicht sonderlich stark war. Es gibt oben deutlich mehr zu fischen. Deswegen ist für mich auch die Hausmarke hier oben die 23.3. Kommen wir hier wieder nachhaltig drüber? War das für mich einfach nur eine kleinere Korrektur, um den RSI abzukühlen. Was wir hier unten auch sehen, der hat deutlich abgekühlt. Wir haben jetzt auch eine Bullish Divergence auf den 1-Stunden-Chart hier reinbekommen heute Morgen. Und sehen schon wieder so eine leichte Erholung. Trotzdem, ich bin hier einfach nicht reingegangen, weil mir die Situation einfach noch ein bisschen zu undurchlässig ist. Also es gibt wenig Faktoren, wo ich jetzt sagen würde, okay, wir gehen jetzt hier in den Short rein. Das habe ich ja oben schon gesagt. Für mich einfach noch kein Short-Szenario im Play. Für mich weiterhin eher ein Long-Szenario, weil wir auch hier noch kein tieferes Tief gebildet haben. Aber trotzdem, wie gesagt, die Indikatoren mussten ein bisschen abkühlen. Es gab unten mehr zu fischen. Davon sind wir ausgegangen. Darüber haben wir ja gestern hier in diesem möglichen Play, sag ich mal, drüber gesprochen. Aber wie gesagt, ich bin einfach noch nicht in die Position reingegangen. Wie geht es jetzt weiter? Also für mich jetzt erst einmal, Erholungsszenario ist auf jeden Fall für mich persönlich jetzt erstmal drin. Bis zu eben diesen 23,3. Da verschieben wir hier mal die Ineffizienz. Das ist die Ineffizienz hier oben. Die wäre für mich möglicherweise das nächste Play-Szenario. Wir schauen uns mal ganz kurz, wo ist meine Zeichnung? Hier unten. So, so vorbereitet bin ich wieder, ja. Also zu dieser Weg sollten wir hier drüber kommen und drüber schließen. Ist das nächste Szenario hier oben diese 1-Stunden-Supply-Zone bei den 23,9. Ist für mich immer noch das wahrscheinlichste Szenario. Ich sehe jetzt noch keinen weiteren Abverkauf, außer wir kriegen jetzt hier wirklich ein Lower Low mit 4 Stunden Close unter 22.770 US-Dollar. Kommt da ein 4 Stunden Close drunter, dann bin ich eher Short gerichtet. Aber auch dann würde ich nicht Short rein, weil einfach der Abtrend viel, viel zu stark war. Und wir haben es gesehen in der Vergangenheit, wie schnell die Leute wieder wrecked wurden. Nur weil sie im Endeffekt hier kurz mal Short gegangen sind. So wie wir jetzt auch ein, zwei Mal das bei uns geschehen ist. Deswegen möchte ich dieses Risiko nicht eingehen. Aber dann sollten wir ein 4-Stunden-Close eben da drunter kriegen, ist das Szenario so. 21.600 US-Dollar hier unten diese Marke. Um diese Highs hier drüben nochmal zu testen, um die Ineffizienz zu füllen, um die Voids zu füllen, um die Vektoren zu schließen. Also ihr seht, hier unten kommt eine Menge zusammen. Und dann hier ein Long möglicherweise entweder auf ein tieferes Hoch zu spekulieren. Müssen wir dann mal gucken, wo das FIP-Level dann zu diesem Zeitpunkt ist. Oder dann wirklich bis zu den 25,2. Also das sind die zwei Szenarien, die ich momentan sehe. Momentan einfach kein Long. Dafür fehlt mir hier einfach noch ein bisschen mehr Schwung. Die Bullish Divergence auf dem 1-Stunden-Chart ist mir persönlich einfach zu wenig. Vor allem auf dem 1-Stunden-Chart, da fehlt ein bisschen mehr. Wir schauen mal ganz kurz auf dem 4-Stunden-Chart, wie es danach aussieht. Auch hier gar keine, also hier haben wir wirklich gar keine Bullish Divergence. Da sehen wir, wir haben sogar ein Lower Low im Errors-Eye. Das heißt, das Risiko, dass wir hier einfach nochmal tiefer gehen, ist auf jeden Fall noch gegeben. Also kein Long-Szenario momentan, auch wenn ich es gestern im Video angesprochen habe. Der Abverkauf war mir mit viel zu wenig Impulsivität. Die Aufkäufe jetzt im 1-Stunden-Chart waren mir auch mit viel zu wenig Impulsivität, muss man auch so zu sagen. Klar, man kann immer schön im Vorhinein analysieren und dann, wenn sich die Struktur doch ein bisschen minimal ändert, dann gehe ich halt einfach nicht in diesen Trade rein. Ich hoffe, ihr versteht es, aber ansonsten habe ich es ja gestern hier nochmal in die Gruppe reingeschrieben und habe dafür geschrieben, okay, Ethereum hat dafür das Golden Pocket getroffen, wo wir im Video darüber gesprochen haben. Der Trade ist offen und darauf kommen wir eben jetzt zu sprechen. Gut, Rüberblick zu Ethereum. Wir schauen uns hier jetzt nochmal ganz kurz die Struktur an, wie wir gestern darüber gesprochen haben. Abverkauf ist passiert. Wir gehen aber mal ganz kurz in den 1-Stunden-Timeframe rein und schauen uns das nochmal an. So, Abverkauf ist passiert. Dann runter ins Golden Pocket. Da habe ich dann noch ein bisschen gewartet. Habe gesagt, okay, wir warten jetzt erstmal noch ein bisschen. Dann habe ich ja eben diesen Kommentar in die Gruppe geschrieben, okay, Ethereum Trade ist offen. Der war jetzt hier unten bei den 1.620 US-Dollar Stop Loss. War anfangs jetzt noch bei eben diesen 1.596 US-Dollar. Habe dann aber heute früh eben nochmal dazu geschrieben, Ethereum mache ich jetzt Take Profit 1 und Stop Loss Entry. Da waren wir irgendwo hier oben bei den 1.636, also hier oben. Bei diesen Lows, die wir hier drüben mit Schlusskurs hatten, die haben wir eben nochmal getestet. Hatten keinen schönen Close wieder da drüber. Sehen wir 1-Stunden-Chart. Sind wir drüber, aber sofort wieder abverkauft. Deswegen war das für mich der erste Take Profit. Und da gilt es jetzt eben drüber zu kommen. Die 1.637 US-Dollar, das ist die Marke, die müssen wir übertreffen. Kriegen wir hier einen 4-Stunden-Close drüber, sehe ich die Sache deutlich, deutlich bullischer. Gleichzeitig 1-Stunden-Bullish-Divergence passt mir ganz gut. Vor allem für unseren Trade, den wir da eingegangen haben. Trotzdem, wir müssen mit einem Close über diese 1.637 oder 1.638 über dieses letzte High, was wir hier drüben gebildet haben. Und dann kann es auch Bullish, sage ich mal, weiterhin nach oben hingehen. Das Ziel weiterhin, einerseits hier, dieser Bereich von 1.650, hier oben haben wir eine 1-Stunden-Supply. Lieber wären wir aber hier oben die Region um 1.665. Das heißt für uns, der nächste Take Profit, einerseits hier in dieser Region um die 1.650, 1.651. Den zweiten Take Profit markieren wir dann hier oben bei den 1.665 bei dieser Ineffizienz. Das ist jetzt so mal das grobe Ziel. Wir schauen oder gleichen das nochmal ganz kurz ab mit einem FIP-Level dazu von unserem High zu unserem Low. Und da seht ihr auch, okay, die 1.662 bis 1.665. Dort liegt das Golden Pocket. Das heißt, wenn wir hier einen Change sehen sollten und hier rejected werden, ist das für mich ein Short. Wir haben dann noch die Long-Position offen. Das heißt, wir können hier schön ein bisschen hatchen hin und her. Aber das ist jetzt erstmal das übergeordnete Ziel. Würde dann auch bedeuten, okay, Downtrend bestätigt, FIP-Level am Golden Pocket zurückgewiesen und dann Lower Lows. Und dann sehe ich auch Bitcoin locker bei den 21.6 und Ethereum hier unten 1.580 bis 1.570. Hier unten diese 1-Stunden- und 4-Stunden-Demand-Zone. Und warum sind wir jetzt hier in diesen Trade reingegangen? Ich habe ja bei Bitcoin gesagt, mir gefällt es nicht mit der 1-Stunden-Demand-Zone und mir gefällt die ganze Struktur nicht, weil wir hier das Golden Pocket hatten, was wir bei Bitcoin einfach nicht hatten. Golden Pocket gewichte ich einfach nochmal deutlich höher und Golden Pocket ist halt eben genau dieser Bereich, wo sich der Markt normalerweise drehen sollte. Wenn es dann natürlich hier noch übereinstimmt mit diesen Lows hier drunter, Golden Pocket, dann ist es einfach ein bisschen mehr Bestätigung für mich gewesen. Und das Abverkaufsvolumen hat dann auch deutlich Federn gelassen, nachdem wir hier das zweite Mal hin sind. Wir hatten das Lower Low gesehen und das ist dann für mich immer so ein Grund, okay, hier in den Trade einfach reinzugehen. Und deswegen sind wir jetzt hier Long mit Stop-Loss-Entry als jetzt. Jetzt bitte Leute nicht mehr noch dem Kurs hinterher rennen. Wenn es irgendwelche Updates gibt, lasse ich euch das in der Telegram-Gruppe wissen. Wir blicken jetzt nochmal ganz kurz auf den Daily-Timeframe, weil ich das auch bei Bitcoin gerade vergessen habe. Daily war natürlich nicht Bullish. Also wir haben uns noch ein bisschen, sag ich mal, hier aus dem Verkehr gezogen, indem wir noch über diesen WIC geschlossen haben. Ob wir das heute noch schaffen, wage ich zu bezweifeln. Und dann ist es eindeutig bearish. Das einzige Bullish ist, dass wir einfach so ein Docht haben. Aber für mich eher die Chance, das bestätigt mich dann nochmal, sollten wir hier hoch ins Golden Pocket eben kommen, dass wir diese große Zone um 1.590 auf dem Daily-Chart mit eben hier dieser Daily-Demand-Zone nochmal treffen. Und jetzt gucken wir nochmal ganz kurz rüber zu Bitcoin, um das auch nochmal ein bisschen abzugleichen. Hier haben wir auch kein Lower-Low. Darüber haben wir gesprochen. Die blaue Linie sollte nicht durchbrochen werden. Nach dem gestrigen Chart 22.977. Wir haben es hier nur angetestet. Nur mal ein kleiner Bounce. Und heute bin ich immer noch der Meinung, kommt es auf den Daily-Close an. Über 22.970 US-Dollar. Weiterhin Bullish. Drunter könnte uns eine Korrektur drohen. Und dann in Richtung 21.6. Gut, damit ausführlich darüber gequatscht. Schauen wir noch ganz kurz die News an. Anjet, GPT, GPT und TRON Ankündigung eines neuen Zahlungssystems. Habe ich oder wurde heute früh schon ein bisschen in der Telegram-Gruppe ein bisschen diskutiert. Lest euch den Artikel gerne durch bei CryptoGuru oder wie gesagt, in der Telegram-Gruppe ist der Link auch. Ansonsten würde ich sagen, wenn ihr irgendwelche Altkommensche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare rein, die wir uns dann im Laufe der Woche angucken. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Wie immer gerne Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, dann hören wir uns morgen früh wieder zu einem ganz normalen Update-Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Crypto.